Ich denke, dass wir vor ganz großen sozialen Auseinandersetzungen stehen, möglicherweise vor Revolutionen. Und ich denke, dass die Möglichkeiten der Kommunikation heute neue politische Möglichkeiten schaffen. Ich glaube, dass die Parteien so im herkömmlichen Sinne, wie wir sie bisher gekannt haben, egal ob sie auf dem rechten oder auf dem linken Flügel irgendwo aktiv gewesen sind, dass die in der Zukunft keine so große Rolle mehr spielen werden wie die sozialen Netzwerke. Ich glaube, dass sich Bewegungen bilden werden, die in ganz kurzer Zeit ganz große Anhängerschaften gewinnen werden. Wir haben ja den Anfang davon gesehen, durch die Occupy-Bewegung, die aber sehr schnell wieder in ein relativ systemimmanentes Fahrwasser geleitet wurde und die auch aufgrund der Tatsache, dass das Finanzsystem nun doch etwas länger überlebt hat und doch vorerst wieder gerettet wurde, dann auseinandergefallen ist. Aber ich glaube, dass über diese sozialen Netzwerke Bewegungen entstehen werden, die die Zukunft der Menschheit entscheidend beeinflussen werden. Also all das klingt sehr düster und sehr bedrohlich. Und ich muss sagen, das ist es auch. Aber das bedeutet nicht, dass es ewig so weitergehen muss. Das Ganze hat nämlich auch eine Kehrseite. Die absolute Herrschaft der Finanzindustrie ist nämlich auf Sand gebaut und kann mit mathematischer Sicherheit nicht auf ewig und unbegrenzt so weitergehen. Und das aus einem einfachen Grund. Weil die Maßnahmen, die zur Lebenserhaltung des Systems dienen, können es gleichzeitig untergraben haben und es in Zukunft immer weiter und zwar exponentiell zunehmend untergraben werden. Es gibt Wahrheiten, an denen auch die Finanzindustrie nicht vorbeikommt. Erstens, man kann nicht unentwegt Geld schöpfen, ohne irgendwann in eine Hyperinflation zu kommen. Und zweitens, man kann nicht ungestraft Zinsen senken, ohne eine Schuldenlawine zu produzieren. Beides ist in den vergangenen zehn Jahren passiert. Der Schuldenstand ist heute so hoch wie nie zuvor. Unter Schulden versteht man die Staatsschulden, die Unternehmensschulden und die privaten Haushaltsschulden. Alle zusammen betragen heute weltweit gesehen zwischen 250 und 350 Billionen US-Dollar. Wir haben eine fast 30-jährige Phase der kompletten Endpolitisierung hinter uns, die mit dem Zusammenbruch des Ostblocks Ende der 80er Jahre zusammenhängt. Als die Sowjetunion und der gesamte Osten damals zusammenbrachen, ist die Welt ja fast in einen euphorischen Zustand versetzt worden. Damals wurde das Buch des US-Politologen und Soziologen Fukuyama mit dem Titel Das Ende der Geschichte zum Weltbestseller. Seine Thesen lautete, mit dem Ende der Planwirtschaft hätten die Marktwirtschaft und der Liberalismus endgültig gesiegt. Die Welt sei in eine neue Phase der Entwicklung und der Harmonie eingetreten, in der es für kriegerische Auseinandersetzungen keine Grundlage mehr gäbe. Dieses Märchen ist in den vergangenen 30 Jahren jedenfalls grundlegend zerplatzt. Und wir erleben zur Zeit, wie eine ganze Generation, die jahrzehntelang belogen und der jegliches politisches Wissen vorenthalten wurde, sich zu rühren beginnt, aufsteht und gegen die bestehenden und sich kontinuierlich verschlechternden Lebensverhältnisse zu protestieren beginnt und dabei vor allem nach Erklärungen und nach Antworten sucht. Und genau das können wir in der vor uns liegenden Periode nutzen und gemeinsam daran arbeiten, das größte Problem, das heute auf der Welt besteht, zu beseitigen, nämlich die global verbreitete Ahnungslosigkeit über das globale Finanzsystem. Dabei ist es nicht nur wichtig, Analysen zu liefern, sondern auch einen Weg nach vorn zu weisen und einen Blick in die Zukunft zu werfen. Unser gegenwärtiges Finanzsystem stammt ja aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Damals ist ja in Bretton Woods dieses neue System festgelegt worden. Und zwar der Hintergrund war, dass die USA als mächtigstes Land aus dem Zweiten Weltkrieg hervorgegangen sind, aber ein großes Problem hatten, nämlich die Überproduktion. Die USA haben damals mehr Waren produziert, als der heimische Markt aufnehmen konnte und deswegen brauchten die USA, die ja die größte und stärkste Wirtschaft der Welt hatten, brauchten sie neue Märkte. Und zu dem Zweck haben sie etwas getan, was kein Land zuvor jemals getan hat. Sie haben ihre eigene Währung zur weltweiten Leitwährung gemacht. Sie haben also den Dollar ans Gold gebunden und den der all anderen Währungen der Welt zu festen Wechselkursen an den Dollar gebunden. Auf diese Art und Weise haben sie sich sämtliche Märkte der Welt eröffnet und das Ergebnis davon war der große Nachkriegsboom, der so von 1948 bis 1973 ungefähr gedauert hat. Also 25 Jahre, in denen die USA die Welt mit ihrem Geld und mit ihren Waren überschwemmt haben. In dieser Zeit hat der Kapitalismus eine Blüte erlebt, die ihm ja vorher niemand zugetraut hätte und das hat dann auch zu bestimmten politischen Konzepten geführt. Also in den 50er, 60er Jahren ist so zum Beispiel das Konzept des Sozialstaates entstanden, weil man geglaubt hat, wenn die Steuereinnahmen immer weiter in die Höhe gehen, dann kann sich der Staat auch erlauben, immer größere Sozialleistungen. Also das war so praktisch die Grundlage, auf der das Konzept des Sozialstaates damals entstanden ist. Das ganze Bild wurde dann in den 60er Jahren ein wenig eingetrübt, weil es damals ein immer größeres Missverhältnis zwischen dem Dollar und dem Gold gab. Also in der Welt flossen dann immer mehr Dollar herum, aber die Menge an Gold, die bleibt ja relativ gleich. Also das Gold, was in einem Jahr geschürft wird, das ist ein eher zu vernachlässigender Faktor. Also es gab ein immer größeres Missverhältnis zwischen den beiden und das ist natürlich den Investoren auch aufgefallen. Und die haben dann Angst gehabt und haben angefangen, Gold aufzukaufen. Und dann ist jemand auf diesen Zug aufgesprungen und das war der französische Präsident Charles de Gaulle. Der hat nämlich die französischen Goldvorräte, die damals in New York gelagert waren, zurückverlangt nach Frankreich. Und das war natürlich ein Signal für ganz viele Investoren, sich auf den Weg zur Bank zu machen und ihr Gold einzufordern. Und da mussten die Banken dann natürlich irgendwann kapitulieren. Und dann hat die Regierung eingegriffen und die Gold-Dollar-Bindung im Jahre 1971 abgeschafft. Und das muss man sagen, ist aus heutiger Sicht eines der wichtigsten Ereignisse des letzten Jahrhunderts gewesen, weil dadurch die weltweit wichtigste Währung zu einer Scheinwährung gemacht wurde. Also der Dollar war damals nicht mehr an irgendeinen materiellen Wert gebunden. Trotzdem hat der Dollar seinen Siegeszug ja fortgesetzt. Und das aus einem ganz einfachen Grunde, weil die amerikanische Regierung damals unter Nixon und seinem Außenminister Kissinger einen wirklich unglaublich raffinierten Schachzug dann durchgeführt hat. Und zwar, die Älteren werden sich daran erinnern, 1973 hatten wir die große Ölkrise. Damals gab es eine militärische Auseinandersetzung oder einen Krieg zwischen Israel und einigen arabischen Staaten. Und die arabischen Staaten, aus Verärgerung darüber, dass der Westen Israel unterstützt hat, haben damals ihre Öllieferungen in den Westen eingeschränkt. Und dadurch ist der Ölpreis ums Vierfache gestiegen. Das hat viele Leute auf die Idee gebracht, also mit der Idee konfrontiert, dass Öl ja die wichtigste und meistverbreitete Ware der Welt ist. Und das hat dann Nixon und Kissinger auf die Idee gebracht, dass man den Dollar ja vielleicht an das Öl koppeln könnte. Und das haben sie dann tatsächlich gemacht, und zwar mit einem Vertrag, den sie mit Saudi-Arabien abgeschlossen haben. Saudi-Arabien war damals der größte Erdölproduzent der Erde und das führende Land innerhalb der OPEC, der Organisation Erdöl-Exportierender Länder. Und die USA haben mit Saudi-Arabien folgenden Vertrag abgeschlossen. Die USA haben den Saudi-Arabern garantiert, Schutz vor ihren Feinden, also vor Israel, vor Syrien, vor dem Iran, vor der Hezbollah im Libanon. Und im Gegenzug musste Saudi-Arabien den Amerikanern zusichern, dass sie sich in der OPEC dafür stärken würden, dass von da an Öl weltweit nur noch in Dollar gehandelt wird. Das Abkommen ist sofort abgeschlossen worden, war damals ein Geheimabkommen, ist erst viel später ans Tageslicht gekommen. Aber dieses Abkommen hat dafür gesorgt, dass der Petrodollar entstanden ist. Und der Petrodollar ist praktisch heute noch die entscheidende Währung auf der Welt und dieser Schub durch den Petrodollar hat dem Dollar praktisch seine Oberhoheit über das gesamte Finanzsystem weiter erhalten. Wichtig dabei ist zu wissen, dass heute die Zentralbank in aller Welt, weil ja jedes Jahr jedes Land auf Erdöl-Lieferungen angewiesen ist, dass alle Zentralbanken der Welt heute ganz große Devisenreserven in Dollar halten müssen. Also im Schnitt halten die Zentralbanken ungefähr 60% ihres Geldes in US-Dollar. Und wichtig ist dabei zu wissen, dass der Dollar ja immer noch heute auch noch nur von einer Organisation geschaffen werden darf, nämlich der Zentralbank der USA. Das heißt, die USA haben auf diese Weise einen Hebel, einen ökonomischen und finanziellen Hebel, mit dem sie Druck auf die ganze Welt ausüben können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017